Nein! Leucht das aus dem Internet, Mann! Oh, die Jacke sieht echt dope aus, Bro. Aber sie auch. Geht ab, Alter! Warum schlägt der die mit dem Gürtel, Digga? Ju, wenn du traurig bist, was siehst du vor deinem inneren Auge? Ähm, dich. Mhm, okay. Und danach geht's dir wahrscheinlich besser, nehm ich an. Anne, ich verstehe. Du siehst quasi mich und mein Leben, wie es wunderbar läuft und im Gegenzug steht. Dein Leben, wo es nicht wunderbar läuft, oder? Ja. Perfekt. Lass uns einfach anfangen. Komm, let's go. Ich freu mich. Ganz kurz. Ich suche nicht nach einer Partnerin heute. Warum? Sondern wir suchen nur nach Talenten, nach lustigen Memes, okay? TikTok cringe, okay? Ey, Digga, das kann ich doch nicht entscheiden, was wir angezeigt bekommen. Wir müssen uns fühlen. Dein Algorithmus sind einfach nur asiatische Frauen. Nicht mehr. Letztens hatten wir nicht mal mehr Frauen. Ist es wegen Frau Bra? Ne, tatsächlich einfach, weil ich mich schlecht fühle, wenn ich hier irgendwelche Leute übers Internet belästige. Belästige? Mhm. Erzähl uns aber was über Frau Bra. Mhm. Wir schauen uns jetzt diese Videos an und dann ist gut. All die Leute, die mich immer fragen. German, wie schaffst du es immer diese perfekten Loops zu machen? Es ist wirklich ganz einfach. Hier, ich zeig's euch. Deswegen geht dieses Video auch an all die Leute, die mich immer fragen. Boah. Boah. Krank, Alter. Boah. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich ihn nach dem Pool baue. Wie wäre es, wenn du diesen Sch***-Muchpool erstmal fertig machst, Alter? Äh. Can we hang but replace the H with B? Can we bang? Oh Gott... The first time that you getting... Ah, ist oft so sexy, ne? Yes! Das ist ja nicht abwerten. Ist ja einfach nur, ich gehe in integrieren. auf ihre Frage ein. Ja, ja. Okay, ja klar. Kannst ja machen. Was soll das? Was ist das? Ich verstehe es. Small? Ja, weil der so klein ist. Da schreibt jemand, Sio, hoa, piau, piau, bayfang, siao, siao. Siao heißt klein. Excuse me, miss, this is a McDonald's. Entschuldigung, könnten sie vielleicht von dem Boden Willst du auf sie hitten? Diesmal suchen wir dir eine Freundin. Willst du sie? Da geht's wieder los mit den Asiaten. Oh ja. Ey, das machen so viele mit diesem Teller. Sie ist der Snack, verstehst du? Sie ist der Snack. Warte ganz kurz, wie soll ich die denn essen? Oh, sie will, dass ich Oh. Richtig. Ey, Corona, so mach ein M-M. Ne, mach weiter, komm weg. Was ist das? Hä? Riesenei ist es? Ja, Strauß, Alter. Ein, äh. Entweder Strauß oder Delfin. Gänseei. Delfin, Delfin, Delfin. Gans. Delfin-Ei. Ein ganzes Delfin-Ei. Strauß. Ja. Straußenei. Bruder, das sieht so eklig aus, dieses Ding mit gebackenem Ei, Speck, Bacon, Hack. Das ist ja Speck, Alter. Ich dachte, es ist einfach nur ein Eimer, Alter. Das ist so richtig pervers, Digga. Boah, Alter, das war dem Unge so zum ähm, Frühstück. Bruder. Ja, was? Best backpack ever, Digga. Das ist nicht mal fertig, Alter. Das ist einfach nur ein Kilo Hack mit einem Ei drin. Normal people holding a backpack. Bro, wie sind die immer so eng gekleidet, alle. Musst du die da für eine Leggings anziehen? Ja, die hat immer Leggings an. Okay. Ne, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Psychopath. Ja, ist ja bewiesen, dass viele Grundschüler Psychopathen sind, weil die ihren Rucksack so festhalten. Nicht. Hey, Jungs, habt ihr noch ein paar Körbeziger? Nein. Oh, Junge. Leucht das aus dem Winter weg, Mann. Big Mac Band, ihr weg. Keine Ahnung. Weiß ich nicht weiter. Did I do this right? Yes. But. Why? Sowas von Deutsch. Boah, Alter, dieses... Ich will das auch machen, aber dann bin ich einfach so... Keine Ahnung, dann bin ich einfach voller Scheiße, wenn ich das so wegwäsche. Weißt du, dann bin ich so mein komplettes Gesicht ist einfach voller Kacke dann. Cool. Fände ich gar nicht mal so einen großen Unterschied dann zu der normalen Form. Du Arschloch. Witzig. Ich weiß nicht, ob das gesund ist, Alter. Bro, warum nehmen sich Menschen Zeit für sowas? Macht doch was Sinnvolles, Alter. Digga, Corona. Ja, Digga, warum? Rückwärtssafe, oder? Wie kann man nur auf so eine Idee kommen? Finde ich gut. Hä? Echt unglaublich. Digga. Schauen Sie Kommentare. Hä? Was für... Oh. Bro. Oh mein Gott. Digga. Das ist ein serious Skill. Sie muss Ballerina sein. Danach ein Video von mir, Digga. Wenn mir mein Handy runterfällt, ich bück mich und brech mir dabei das Bein, Alter. Aber finde ich, äh... Cool. Turnt mich auf eine andere Art und Weise an. Ja, ja. Bist ja auch Tänzer, ne? Hat alles so einen weirden sexuellen Unterton, ne? Tom Mom, Tom Mom. Weißt du, was ich meine? Aber die sind halt meistens immer 15 oder so. Ja. Das ist so weird. Das ist falsch einfach. Viele Leute fragen mich, wie ich immer diese perfekte Beleuchtung in meinen Videos hinbekomme. Als würde ich jemals meine Tricks verraten. Viele Leute fragen mich, Okay, das ist... Das ist... Das ist funny, Bro. Das ist wirklich lustig. Das ist also... Slightly schmunzeln, Bro. Fand ich cool. Fand ich... Ne, aber wirklich. Ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt gerade komplett aus Ironie sprichst. Nein, Real Talk. Ich fand's wirklich nicht schlecht. Ich fand's... Real, Real Talk nicht schlecht. Es wäre geiler gewesen, wenn er sich... Wenn das jetzt auf dem Klo gewesen wäre, weißt du? Und er hätte seine Küche an die Decke montiert und nur aus seiner Toilette ist so perfektes Licht und dann macht er den Klo-Deckel zu und da ist... Mach einfach weiter, Alter. Was geht hier ab, Alter? Was ist das für eine Situation? Das passiert ja so nicht. Jeden Tag am Pausenhof, Bruder. Das ist genau meine Geschichte. Boah, die Jacke sieht echt dope aus, Bro. Miss Dope, ja. Ja. Ist geil. Aber sie auch. Ist sowas dein Type? Mh... Ne. Sie ist ja... Die Jacke meine ich jetzt so. Natürlich die Jacke. Ich rede über die Leggings die ganze Zeit, sorry. Ach so, mir geht's da um die Waschmaschine. Ach so, ich dachte, die Gewürze im Hintergrund bei Maggi fällt bei mir auf jeden Fall raus. Ich finde sie super. Also die Jacke jetzt. Charakter, Charakter gewinnt. Immer. Bagger! Alter, der macht jetzt die Kinder kaputt. Oh mein Gott, Alter, wie gut der das kann. Stell dir mal vor, der reißt jetzt einfach aus, was den jemandem in den Kopf hat, Digga. In so einer Live-Show, Alter. Digga, was ist das überhaupt für eine Show? Hey Leute, ich möchte euch kurz nochmal meine alten Bilder zeigen. Boah, krass. Diese Zeichnung habe ich ungefähr bis zum Alter von 13, 14 Jahren gezeichnet. Ja, ist aber noch nicht so gut. Digga, das wird noch richtig krass. Das wird richtig krass. Guck mal, Bro. Okay, das ist schon besser, ja. Das ist gut, ja. Nice, nice. Boah, ist schon sehr arty. Mega krass. Bro. Ey, ich würde ein Painting kaufen. Ich suche gerade noch nach Bildern. Ich auch, Alter. Ey, lass kaufen bei ihm. Ey, verkaufst du. Schreib dem. Du hängst ein Bild von mir auf und ich auch von mir. Halt's Maul, Digga. Ich häng ein Bild von dir, aber bei der Toilette. Dandre, da bist du, Digga. Halt's Maul, Alter. Das bin doch nicht ich, du B***er. Natürlich, Digga. Da bin ich. Ja, bist du. Junge. Kann man kaufen, Revi will auch. Bitte nicht zu teuer. Oh, diese Sachen sind so cringe, immer. Das wird so unangenehm. Er holt jetzt. What? Digga, was? Als ob? Geht ab, Alter. Hä? Was ist das für eine Jugend? Wieso schlägt der dich mit einem Gürtel? Digga, was ist das? Warum schlägt der dich mit einem Gürtel, Digga? Was für ein Kontrast, Digga. Erstmal dieser Artwork-Genius hier mit 100.000 Likes und der kriegt die Hälfte der Likes. Mit sowas. Richtiger Comedian, Alter. Markier paar Veganer. Ist schon etwas. Kannst du bitte mit deinem Burger wegsetzen? Der Geruch stört mich. Ich lebe vegan. Wer? Ich? Nein, ich meine, wer das hätte wissen wollen. Verstehe ich nicht. Sprech die Sprache. Wir müssen aber ein paar Veganer markieren, heisst es. Du weisst, wen wir markieren, oder? Unge. Unge? Und? Wieso? Das ist in Köln. Das darf der nicht machen. Ne, ist nicht real, oder? Doch, doch, glaub schon. Das hörst du ja an dem Tweetschen, wie der sich da runter geht. Oh, das hört man ja. Aha! Den fühle ich. Bro, what the f***, Alter. Der muss so gut im Bett sein, der Bro. Der hat wilde Fingerskills, ich sag's dir. Ja. Warum hast du ein extra, extra large T-Shirt gekauft, den du in ein Medium befest? Oh, danke, dass du das fragen. Es ist, weil ich von einer Kondition genannt habe, die sogenannten Titties. Oh. Ja. Oh Gott, Leute, in mein Kaffee schwimmt ein Ying und Yang Zeichen. Das ist mein Kaffee. Oh Gott, das war das Funnigste, was ihr jetzt gesehen habt. Geil, 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 geil. Was ist das für ein Channel, Alter? Guck dir mehr von dem Mann. Es ist einfach Rata, hier. Ich entscheide dich weise für eine der zwei Türen. Hinter Tür A befindet sich ein Köftespieß. Hinter Tür A befindet sich ein Köftespieß. Alter, Schwede. Geh bei uns aus, Rata. Mehr von ihm. Mehr, 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 mehr. Hallo Leute, wenn ich jemand gar nicht mag, dann halt meine Luft an und drück und dann kommt dort meine Stimme ein V. Der Typ ist komplett lost, der hat ihre Plattform verstanden. Ich feiere den. Oh, das ist unsatisfying, oh mein Gott. Oh, das tut so weh. Warum hat er so wenig Likes nur? Mein Zimmer passt nicht von der... Oh Gott, oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, das ist unsatisfying. Oh, warte. Kennen Sie das? Es ist Sonntag und sie haben sich ausgeschlossen. Kein Problem. Stropos, Rüsseldienst. Komplett, schnell, legal. Geh bei dir an. Der hat Muck auf Spotify. Das war sein Song eben. Bro, wir machen den jetzt groß. Das weißt du, ne? Bro, der ist tam gut auch noch. Jetzt unter Vertrag nehmen, den Bruder. Der ist lustig und kann gut singen. Warte, ich mach den Memo auf Instagram jetzt, okay? Ja, Bro, wir schauen uns gerade deine TikToks an. Das ist lustig und du kannst gut singen und äh... 70-30, wir signen dich jetzt perfekt, Bro, danke. Sehr lustig, Alter. Ehre, Bruder. Da folge ich wirklich mal rein. Finde ich sau funny. It all started when my mom met my dad and they fell in love and they had me. Hi, I'm Ginger and I get bullied. Funny. Beware the dogs. Akani. Jeder Hund ist Akani, Digga. Ja, was willst du, du musst dich doch entscheiden. Fresse. Weil ich diese Condition habe. Ich habe Boobs. Mach weiter, will ich nicht sehen. Das ist so krass, ne? Wie TikTok so viel... Sexualisierende Sex-Content, Alter. Titten in den Arsch wecken. Sex, Sex-Content. Sexy, sexy. Stropora für mich heute Highlight, Alter. Ey, komm, ein lustiges noch. Daniel, Bratka. Assalamu alaikum. Kakti, schottere. Du nicht so, als wirst du lachen. Ja, Bro. Was ist dein Telefonnummer? Chill, lady. Weil, wegen dem Receipt. Gut, Ju, wir haben gelacht. Ich würde sagen, wir enden das Ganze hier. Schaut auf jeden Fall gerne bei Julien Bam vorbei, wenn ihr... Genau, perfekt. Auf Wiedersehen. Ciao. 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 Ciao.